Ich glaube, das war nur eine Einstellung der Lautstärke, interessanterweise. Ich konnte ein Relais heraus machen. Das brauchten wir hier und jetzt noch das Kohlenstoff-Nano-Rohr. Okay, das hat sich nach oben weggeglitscht. Ja, der hat einen Sturm. Ich weiß nicht, ob er noch Sturm ist. Ich war etwas abgelenkt. Ja, es sieht noch ziemlich stürmisch aus da draußen. Jetzt habe ich aber dummerweise meinen ganzen Kohlenstoff umgewandelt. Ah, das war nur Wasserstoff. Okay. Ah, ein fortgeschrittener Minenleser. Warte mal, was ist da jetzt eigentlich an Treibstoff drin? Wollen wir einfach noch ein bisschen Kobalt, Kobalt neu auch brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch verbesserten Kobalt nachher für das Schiff. Okay. sind die nachgewachsen oder habe ich die vorher nicht entdeckt alles brauchen fortgeschrittene Minlaser ihr seid doch ehrlich böse und gemein seid ihr dann schauen wir mal wir brauchen zwei davon wie war das mit böse und gemein wie war das mit den Akkus jetzt den zweiten bauen bitte so Terrain Manipulator installiert ist hier ins Ziel abgeschlossen Belohnung abholen fortgeschrittene Minlaserpläne fixo Anzug installieren acht Pflanzen entdeckt ein weiterer Meilenstein für mich so was sind unsere nächsten Aufgaben die sohle ich konnte das soll mich nicht kann man nicht ganz gut brauchen es sind nicht viel platzwerk so okay warum nicht raus weil ich hier reinschauen wollte ja botaniker belohnen wellenform wiederverwerter braucht magnetisiert das verriet hundert stück wir haben vielleicht noch nicht genug nehmen mal was wir haben analysieren ok wenn ich das richtige noch mehr davon sieht nicht so aus den basteln wir doch gerade erst wie viel brauche ich ein hundert uns zuschauen und stoppen ökken Raus mit dir, raus mit dir, dahin und das war der Wellenform wieder verwirrt, da wir brauchen noch mehr. Das war das Scanner-Modul. Das ist keine der Aufgaben, die wir hier haben. Errichte eine Basis. Dafür brauche ich chromatisches Metall. Habe ich genau chromatisches Metall? Was für chromatisches Metall? Aber wir haben einen Terra-Manipulator und irgendwas wird es ja schon geben. Das ist schon wieder anzustören. So, jetzt haben wir sicher die Zeit nach Rohstoffen zu suchen. Das erste, was ich bemerke, wir haben, aber dann breit keiner. Phosphor, Phosphor, da haben wir was, Ferit, da haben wir was. Das ist eine Basis. Kupfer, war noch nicht mal so weit weg. Hallo Atlas. Hast du was für mich? Weiß eine Anomalyse, das Füchser, Position verzeichnet. Alles klar, nur die Standardgeschichten. Und wieso habe ich mir das Kupfer nicht markiert? Ah. So, wir müssen wahrscheinlich hier das aufladen, genau. Fähne Komponenten. Was fehlt hier? Ah, normaler, ein bisschen üblicher Verrätstaub. Dann nehmen wir doch das. Kommt gleich mit etwas Wasser. Die lassen sich nicht benutzen. Moment mal. Das geht nirgends, Runde machen wir das so. Hm. So, ich guck versuchen. Ah, ich hatte es markiert. 9,4 Grad. Sturmkristalle kann ich aber noch nicht ernten. Wieso kann ich dich nicht scannen? So, ich guckse. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sah so nahe aus und ist doch so fern. Oh, mir fällt was rein. Gut, ich brauche eh nur eine Platte. Ist das nun doch Wasser? Ja. G. Achso. Achso. R. G. 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 Es ist nicht gerade gut für die Sicht, wenn das hier so wappelt und tut und macht. G. 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 sobald ich das empfinde kann ich die zwei aufrüsten also eins nach mann an und kamen in der torsburg scan upgrade lebenserhaltung Upgrade Scan Upgrade Riku Arme I Let Where is Er? That was not a nice Da, diese Messie. Das ist doch nicht wahr. Jetzt sind schon mehrere auf mich. Lass mal wieder Gesundheit aufladen. Die Gesundheit kommt wieder. Also heute bin ich ganz besonders heißer. Ich habe auch etwas, das nennt sich Ketofieber. Das ist keine offizielle medizinische Diagnose. Aber es hängt mit etwas zusammen, was ich gerade mache. Ich habe auch einen Zug. Okay. damit noch mal einen auf Skyrim also erst mal wir brauchen Sauerstoff aber wir können vielleicht schon genügend für die Wasser wenn ich alles richtig mache einmal x ne einmal y ich mache nicht alles richtig 750 Meter Tunnel gegraben und alles nur weil ich in der Lage sein will das Ding hier irgendwo abzustellen aber es geht nicht warum geht es nicht ok schauen wir mal nach der Belohnung große Raffinerie Bergbaustrahl Upgrade das passt ja jetzt ganz gut oh wieso kann ich dich nicht bauen ich habe doch die Materialien ich habe doch die Materialien keine Erlaubnis zum bearbeiten steht da so ein weiteres Minenlasermodul ich bin hier raus ok wo ist ok wo ist Kupfer mein Kupfer ist hier oh Kupfer mein Kupfer ich gebe mir so viel so viel es geht weil wir werden auch viel davon brauchen immer schnell darauf achten ob uns ein wildes Tierchen angreift hat eigentlich schon mal jemand aggressive Vögel erlebt? ich noch nicht aber vielleicht gibt es sowas ich meine ich habe ja erst ein paar hundert Stunden in dem Spiel da gibt es sicher noch einiges was ich nicht weiß ich könnte jetzt etwas das Dopamingebrauch kann ich das wieder ausblenden? ich finde das ja furchtbar danke muss weg weg ist gut sind die Tierchen nachtaktiv dass ich jetzt keins mehr habe das mir Probleme macht ich sollte mich vielleicht nicht beschweren aber ein bisschen Waffen wäre geschickt ich glaube ich kann mir ja auch eine Waffe bauen ich glaube ich habe die Blitzwerfer-Anleitung gesehen ich glaube damit haben wir es jetzt dann zurück zum Schiff so viele Dörfer auf diesem Planeten so unser Schiff ist 3000 Meter gelaufen da hey hey Die sind nicht feindlich, das war nicht, was ich erwartet hatte. Ne, das ist nochmal was anderes. Nervensingen. Das ist wirklich nicht der gemütlichste Planet hier. So, dann erstmal wieder in meine Lieblingshöhle. Ja, habe ich es befürchtet, aber ich habe mich zu weit entfernt. Und meine Sturmkristalle. Deswegen musste ich ja einsammeln. Das nehmen wir da rein. Kultstoff Kupfer. Kann ich jetzt mal reinschauen? Das kommt jetzt nicht so oft vor. Na, nun ist gerade etwas weiter hier. Ja. Ja. Das ist nicht so viel. Das ist Weihnachtsflaute. Oder zwischen den Jahren Flaute. Ich produziere Videos mit Ehre. Das hilft ja nichts, die Mission, äh, die Mission muss fertig gemacht werden. So, Leute. Ohren zuhalten. So, Leute. Ich bin mal kurz weg von dem Rechner. Da gibt noch kein Ding so eingerichtet hier. Ich bin mal kurz weg von dem Rechner. Da gibt noch kein Ding so eingerichtet hier. Ich bin mal kurz weg von dem Rechner. Da gibt noch nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Grund, warum das hier eine ziemlich gute Stelle ist, ist, dass das hier alles flach ist. Was ist eigentlich? Okay, Basiscomputer. Wir können hier keinen Basiscomputer bauen. Innerhalb bestehender Basis wird eine Basis gebaut. Okay, dann kommt das Wasser. Au! So, wie ist es hier aus? Immer noch bestehende? Oh, wessen Basis ist hier in der Nähe? Ha, Wasser. Wasser fehlt uns. So, wie ist es hier? Ich finde das hochgradig irritierend. So, wie ist es hier? Okay, Taurik war noch nicht hier. Da ist die Station. Das ist jetzt aber sehr ungünstig für mich. Okay, dann muss ich in die andere Richtung. Noch mehr Wasser. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schau mal, ob es vielleicht am anderen Ende, ob es uns da reicht. Nein. Hört. Da sah ich was, was ihr nicht sah, was den Augenwinkeln. Ach, die tragbare Raffinerie hat überlebt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So wird das ja nie was. Spiele ich hab dich so langsam nicht mehr lieb. Oh, 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 oh. Und ich dachte, ich hab so viele Akkus. So, aber habt ihr uns alle an derselben Stelle gespawnt oder was? Okay. 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 So weit weg von meinem Schiff. Überhaupt so weit weg von allem. Der letzte Rest. Deine Basis erweitern. Kann ich denn überhaupt schon was Geschicktes bauen? Oh ja, da möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Hier brauche ich tonnenweise viel Rettstaub. Das ist mein Basis-Computer, den kann ich nicht. Ah, ich habe was gefunden. Okay. 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 hey ich bin gerade etwas genervt weil ich so weit reden muss so meine basis eröffnen zu können wir überall leben schon gebaut hatte mein schiff ist jetzt weiß wie weit weg kilometer ich bin jetzt hier mitten im nirvana aus der basis das zeug das ich angefangen habe zu bauen au was war das da du warst das so viele sachen kann ich einfach nicht benutzen wo ist das wo ich angefangen habe zu bauen das kann ich jetzt nicht allzu weit vorne hier ok ich habe ein zu hause geschaffen ja ein schluck dungläs was habe ich geschafft defensivsystem upgrades sind gut so ist das hier bewegungsmodul schluck dungläs wo ich mir denn das beutelgift eingefangen so gibt mir doch 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 ich war richtig hier gibt mir die bewegungsmodul ich lasse den mal dahin füllen mach mir das erstmal so zeig mir jetzt was der nächste schritt ist signalbooster metalplatten natrium nitrat metalplatten kann man direkt herstellen die wasserstoff die brauchen so lange ich glaube ich brauche einfach nochmal eine nitrat nitrat wo ist das rauskommen natürlich jetzt wo ich raus müsste ist da voll schriftwander 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 gras Natrium-Nitrat, dann Hölle, ich habe Speichersignal fälschlicherweise gemacht, Kohlenstoff-Nano-Rohr und etwas Natrium. Müsste ich gerade sonst noch etwas machen, ja, ich glaube, das hier macht Sinn. Was haben wir sonst noch? Das stimmt, immer noch. Wir haben, glaube ich, keine Hölle in der Nähe. Aber dafür einen Haufen von Dendingern. Wo ist Natrium her? Da, da, das reicht schon. Das reicht. Okay. Okay. Gehe ich recht in der Annahme? Dass wir jetzt da hin wollen. Expedition. Suche Unterschluft in einem planetaren Gebäude. Das ist Natrium-Nitrate wieder eingesteckt, glaube ich. Natrium-Nitrates. Natrium-Nitrates. So, wie hier mein Wasser ist weg, wenn ich zurückkomme. Ja, vielleicht hole ich's besser. So, Moment. Die Riedstaub. die Wasserstoff. Ja, und warum nicht? Nehmen wir einen davon mit. Was ist das? Was ist das? Vorhin hatte ich weit und breit kein Wasser, jetzt habe ich hier auf dem Weg alle zwei Meter. So, ich hoffe, dass ein Notrufsignal auch eine planetare Struktur ist. So. Das Natrium nehme ich gerne auch noch mit. Ich meine unter den Bedingungen muss ich natürlich auch keinen. Bauteil dafür. Mit der Raffinerie kann man aus 30 Einheiten Wasser. Ein Filet machen. Und normalerweise braucht man 50 dafür. For being planetar. Fessium! Fessium! Kann nicht kaufen. Schiffskauf derzeit nicht verfügbar. Ja, das wäre eine A-Klasse! Dann holen wir den Signalbooster wieder raus. Ich speichere Signal als Signalbooster. Da, das ist doch definitiv eine Struktur. Und die Reiten hält sich Tage lang. In der Montage. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh! Ob das klappt oder nicht. Aber die Ballerei macht mich nervös. Ich denke, ihr könnt das auch, oder? Au! Mist, wie? Aber ich sehe keinen. 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 Keine Ahnung. Au! Wieso hat er mich nicht angezeigt? Wieso habe ich es nicht gesehen, wenn er es mir angezeigt hat? Oh! Ich sehe keinen. 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 Ich sehe dich. Ausgerechnet, wenn ich schon da bin. Ich könnte vier zusätzliche Leben haben mittlerweile. Ach, und die Eier brauchen wir früher oder später auch. Ich glaube, da war was im Schiff, das wir damit reparieren müssen. Ich sehe das ganz schlecht, wieso sehe ich das ganz schlecht? Ich kann den Namen echt nicht lesen. So, geht es auch nicht besser. Also, 0815 CD. Ah, okay. Sei mir gewusst. Wollen wir damit erklären, warum ich immer noch... ...Stummzeichnen habe. So, was wollte ich jetzt? Schön vorsichtig. Wo ist er? Da ist er. Lass dich nicht kaputt machen. Hm, geht tatsächlich einfach nicht. Fast zurück. Was ist denn der nächste Auftrag? Ich sollte die Belohnung abholen. Krabbelwurm, Korbachsgehäuser, Konvergenzwürfel, Navigationsdaten. Krabbelwurm. Ja. Ach, du bist das. Ich glaube, ich kann mir, wenn wir hier gerade eben ein bisschen feststecken, hier doch den Blitzwerfer bauen. Ich brauche einen reinen Anstoffkohlenrauer, das sollte kein Problem sein. Was zur Hölle? Das nervt. Hat sich die Gesundheit regeneriert? Nein, leider nicht. 52 Sekunden. So, schließen wir Expeditionsphase 1 ab und bekommen den Checkpad-Blausen-Mod. Okay, wir haben noch jede Menge Platze, alles nicht so wild. Unser nächstes Ziel ist dann Selbstdiagnose 2, Reparier das fortgeschrittene Startsystem. Okay, dann sammle ich hier erstmal Eier, sobald ich hier fertig bin. Ne, warte mal, das können wir jetzt eigentlich parallel machen. Du bastelst hier. Dann grade ich alles, benutze ich alles, was ich aufladen kann. Okay. G, g, g. Gitzwerfer. Ich glaube, ist das noch, wenn ihr gerade so rumparkt? Ah! How much did? Okay. Gut. Hab ich's? Wäre ja eine höllische Verschwendung, wenn ich... Sturmkristalle kann ich noch nicht nutzen, oder? Doch, Gefahrengut Handschuhe. Könnte ich noch etwas bauen, was ich noch gar nicht gedacht habe? Sauerstoff, wieder Wörter, Schildgitter. Persönliche Raffinerie? Ha, ich hab gerade Sauerstoff verschwendet. Pflanz. 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 Jetzt haben sie mich aber umzwingt. Was habe ich denn jetzt? Quantencomputer. Kann ich Quantencomputer bauen? Ganz offensichtlich habe ich den Bauplan für Quantencomputer nicht. Wie soll ich denn dann das Startsystem für... Fertig machen? Habt ihr doch schon? Acht Eier habe ich. Seid ihr fertig? Ja. Das ist das mit dem Dings an der Decke. Das wollen wir nicht. Nehmen das. So. Kein Treibstoff mehr. Darauf hätte ich ja jetzt wirklich achten können. Okay. Habe ich noch was übersehen? Hier. Belohnung. Seid ihr mit geverkanntes Unterwasserstoff-Upgrade? Das wird uns nicht weiterhelfen. Jetzt kommen die Planetenkarten. Ich hasse Planetenkarten. Kupfer, Sauerstoff und Silber. Silber? Wo kriege ich Silber her? Die Fragen werden immer mehr. Der ganze Stress für 46. Ah, warte mal. Das ist eine Idee. Vielleicht komme ich unter Wasser. Das ist sowas. Noch ein wenig mehr machen. Genau. Wofür ich Units brauche, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das ist viel euer. Das ist schon mal da. Das ist schon mal da. Das ist nur ein Schrecken. Ah, nee. Das ist schon mal da. Das ist schon mal da. Das ist so viel Eier an einer Stelle, das habe ich noch nie gesehen, Magno Gold, Gravitinobal, ich brauche ja gar keine Eier, doch da lag im Kern, Gravitinobal, wo kann ich Gravitinobal her, ach du mit deinen Karten, was weiß ich denn mit dem ganzen Mist, jetzt will ich mich etwas genervt, die Speichersignalen, wieso kann ich das nicht hier bauen? Was wollte ich jetzt? Ich glaube, ich habe eine Idee, obwohl das bringt nichts. Basis, Computer, Kommunikationsstation, Konstruktionsforschungsstation, da finde ich dann vielleicht den Bauplan, ich glaube es nicht, weil eigentlich sind das andere Sachen. Ich gehe jetzt mal wieder zu meinem Raumschiff oder noch besser wäre es, ich gehe zu meiner Basis. Aber keine Gesundheit. So, wo ist meine Basis? Bist du meine Basis? Der letzte Rest, das ist meine Basis. So, und wenn ich unterwegs bin, ich brauche Natrium, das ist klar, wer braucht kein Natrium? Und Sauerstoff. Und Sauerstoff. Und Sauerstoff. Und Sauerstoff. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, da ist es. Vielen Dank. Ach, da ist es. 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 Okay. Der Boost hält recht lange. Ach, da ist es. Ach, da ist es. Okay, das war's. Okay, das war's. Ach, da ist es. 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 Das ist ja so typisch. Ach, da ist es. 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 Schwerer Bordwaffe, Bohrer. Ah, das ist der Reimabellator. Prognäung. Ich habe nicht die gerichtste Ahnung, wie ich hier an Prognäung kommen soll. Okay. Okay. Wozu brauche ich eine Konvergenz? Ich glaube, das erledigt sich dann ziemlich schnell. So. Kohlenstoff-Nano-Rohr. Ich weiß, dass da mein Flieger ist. Handelsposten eine Stunde entfernt. Zwei Stunden entfernt. Ich gehe doch jetzt nicht eine ganze Stunde zum Außenposten. Oh, was bleibt mir? Was übrig? Ich gehe jetzt durch. Okay. 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 Ich gehe jetzt an den Was ist die Nervensäge da? So komme ich nie zu meinem Sauerstoff. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Er grüß dich. Das war auch Sauerstoff. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Ja, mir geht so langsam der Platz aus. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Der zeigt immer noch eine schöne Stunde an. Das ist lecker als eine Stunde. Hey, könnt ihr mich mitnehmen bitte? Ja, ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Ich glaube mehr als 3 brauchen wir nicht. Ach du warst gar nicht mein Freund. Und ein Feindstück erheben. Ja, ich glaube mehr als 3 hurts. Das macht mir nicht mehr. Okay. Und ich muss die Stunde ja auch wieder zurücklaufen, fällt mir gerade auf. Und alles in der Hoffnung, dass sie vielleicht einen Quantencomputer haben. Das ist ja auch nicht garantiert. Mach das mal weg, da mit der Stunde. Das taugt doch nicht, muss doch mal weniger als eine Stunde sein. Sind das zwei aneinander? Ach. Das sollen mir egal sein. Wenn ich jetzt Kontakt mit jemandem, der es auch gerade spielt, könnte ich meine Koordinaten durchgeben und vielleicht darauf hoffen, dass jemand mir hilft. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, es wird weniger. Ah, es wird das verrät. Ich benutze. Ah, es wird weniger. 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 Gesundheit. Okay, ein bisschen Cobalt aufladen, kann ich mal fast noch ein paar Akkus bauen. Was sehe ich vielleicht was mit den Computern? Irgendwie muss ich hier jetzt auch mal Platz schaffen. Fleisch raus. Was heißt hier raus? Nein, ich habe den Bauplan nicht. Ich bin sicher, was noch ist, dass ich vielleicht irgendeine Expeditionsbelohnung übersehen habe. Prämie Quantencomputerpläne. Okay, wie mache ich das? Erlerne Basis Teleporter. Okay, jetzt gehen wir noch mal zurück. Das braucht vielleicht 20 Minuten, ist aber letztendlich auch noch schneller als wenn ich. Meine Hoffnung auf den Quantencomputer, äh auf die Basis, auf dieses Ding setze, auf das Handelscenter. Das kann halt bei diesen Redux Expeditionen passieren. wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Lautere Colony. Ich gehe mal Richtung Fliegen. Das kann ja nicht falsch sein. Ist der Flieger aber mein Flieger. Ist der. So, schön ausnutzen. So, schön ausnutzen. Da, Minutaurus. Zwölf Minuten. Elf Minuten. Dann möglichst weit hoch. Dann möglichst weit hoch. Dann möglichst weit hoch. Dann möglichst weit hoch. Ich gucke da zwischendurch, hoffe es. Zehn Minuten. Bis zum nächsten Mal. So, so, oh, sechs Minuten. Okay. Hier ist mich halt nicht angreifen dürfen. Nicht entfernen, aber das ist nicht meine. Okay. 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 Hallo, kommen wir zu Hause? Korvax Wissen pflastert den Weg zum Verstärknis der Wahrscheinlichkeit, der Adler sprach von Fragmenten, die Adler Schillstein sind ihre Schatten, die Mamleten ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermindern sie, du weißt, dass du eigentlich nicht mehr siehst. Das alles für ein einziges Wort. Da. Es gibt Werfahrensauerstoff. Oh, ja. So, teleporter. Muss ich denn das auch noch bauen? Okay. Braucht wer? Zwei Kohlenstoff-Nanrohre. Und vier Platten, warte mal. Ach, komm jetzt! Ich kann so wenig abbauen. Okay. 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 Also wenn ich mich so langsam ein wenig genervt anhöre, dann liegt das daran, dass ich ein wenig genervt bin. Wer rät? 40. 40. Es fällt immer noch einer. Nur jetzt. Ach, Quatsch. Ich mach den N. Ah, ich wollte grad sagen, war das jetzt immer noch nicht genug. So, Exoanzug. Ach so, ich muss die Belohnung erst abholen. Das ist so was gerät hervorragend. Ne, nicht hervorragend. Ich brauch was ganz anderes. Das sind nicht die versprochenen Belohnungen. Ah, will ich das hier machen? Generiere Energie. nur das alte leid Ohne Ende verriet nötig Ohne Ende verriet 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 Was mach ich denn? Hab ich kein Kabel? Ich habe kein Kabel Ist das überhaupt möglich? Tatsächlich. 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 So, das sollte jetzt etwas dicker reichen. Aber dass ich so viel Strom produzieren soll, braucht noch etwas mehr. So, und jetzt kann es nicht früh genug Tag werden. Da suchen wir das Gerät. Großartig, dafür brauchen wir auch den Quantencomputer. Und dafür brauchen wir ionisiertes Kobalt. Und die nächste Höhle, um Kobalt zu besorgen, war beim Flieger selbst. Okay. 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 Natürlich. Okay. Oh. Das war... Damage. Stimmt's? Ja. Ich sollte mal vorsichtiger sein mit meinem Knochenbrecher. Was hast du mir jetzt gegeben? Ach, das ist die Musik. Das ist nicht irgendwas. Warte. Da brach jetzt... etwas Neues. Ah. Es hat geklappt, auch wenn wir natürlich nicht vor Ort waren. Und dann... Okay. Okay. Ich kann das jetzt auch mal loschen. Okay. So, um... Ich kann das jetzt auch mal loschen. Und dann... Ich kann das jetzt mal loschen. Jetzt sehe ich vor lauter Sturm den Höheneingang nicht. Stirb. So. Cobalt Farben. Was war das jetzt? Wieso konnte der die obere nicht nehmen? So. Jetzt die Expedition schauen. Höhe Energieerzeugungskapazität. Wie viel Energie habe ich denn? Dann muss ich dafür erst zurückkehren. So. Drei magnetische Resonatoren. So. 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 Aber das ist zu wenig. Okay, manche von denen sind nur Schmuck. Okay, manche von denen sind nur Schmuck. Ach so, dass man mir nicht sehr verriet wird. Okay. 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 Cool. Großartig was damit machen. Okay. 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 Ah, der hatte ich ja schon mal angefangen. Okay. 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 habe ich auch noch keine ahnung wo ich die finden soll aber vielleicht auch silber im wasser Salz auf Salz Gesamte Fauna gefunden. Das ist ja nice. Ja, mach weg. Geborgene Daten, Kreaturenkugeln. Jetzt kann ja noch gar nicht die Gesamte Fauna gewesen sein, die noch gefehlt haben. Chlor, die Wasserstoffe, Kohlenstoffe, Sidophosphate. Kein Silber. Ja, das ist ja. Oh, das hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ist das? Ah, Klusterstoffe, Sidophate. Wie viel brauche ich davon? Ich glaube, drei, oder? Mal kurz auftauchen. So, schauen wir mal. Raumschiff, da, Kristallsulfid und ein magnetischer Resonator. Ach, da wird ja die Feuerstürme. Brauche ich noch was auf dem Wasser raus? Ich weiß halt nicht, wo es die Gravitino-Bälle gibt. Hier sehe ich jetzt auch nicht unbedingt welche. Ja. Hm. Was ist das? Ah, das ist die Basis für jemand. Und es stürmt halt wieder. Na das ist die Basis für jemanden. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es scheint offensichtlich relativ viel zu, aber nicht großartig, denke ich. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten, weil ich bin zugegebenermaßen gerade etwas angenervt. Und das gibt keine gute Unterhaltung im Normalfall. Wieso ist die Energieerzeugung auf 150? Ich müsste doch, das war jetzt helllichter Tag, das müsste doch jetzt mindestens ein bisschen was erzeugt haben. Okay. Was ist das? Ja. Was treibst du da? Da, speichert 43.000 Einheiten. Das hätte doch locker reichen müssen. Irgendwas, was ich dringend verarbeiten. Ich kann auch nicht zufällig Silber machen. Pyrite, warte mal, braucht ich Pyrite nicht für irgendwas? Okay. 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 Vielleicht verbinden wir es noch mit dem Rest. So, steigert sich jetzt die Energie. Ja, jetzt steigert sich die Energie. Ich musste also für die Energie vor Ort sein. Opo, wie viel. Wie viel, 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 viel. Kohlenstoff, verdichteten Kohlenstoff habe ich noch. 57. Ich glaube, ich mache mal eine ganze Latte. Verdichteten Kohlenstoff. Verdichteten Kohlenstoff. Wissen Sie, wie lange ich jetzt schon an dem Quantencomputer arbeite? 50. Sicher nur 1,5 Stunden. Ah. Ah. Oh, nice to spawn a bit. Phosphor, Raumschiff, Kupfer, Kupfer, Magnetisatosphärit, Magnetisatosphärit in der Nähe. Lasst euch nicht stören. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stromerzeugung praktisch nichts erzeugen kann, weil die Batterie schon voll ist. Also brauchen wir eine zweite Batterie. Okay, das ist der erste. Okay, das ist der erste. Okay, das ist der erste. Wo ist mein Haus? Da. Das klingt so unauffällige Farbe. Batterie. Okay. Ne, immer noch 50. Oder soll ich hier so viel? Die Anzahl der Salatzellen nochmal hochschrauben. Aber dazu muss es erstmal wieder hell werden, oder? Ja. 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 Verstand, das sorgt für 50. Okay, dann ist klar, ja? Es muss hell werden, dann kriege ich wirklich mein Dings, mein Quantencomputer. Und da muss ich vielleicht besser, wenn ich reingehe. Was kann man verarbeiten, was muss man verarbeiten? Ich habe doch Schrott bekommen, oder? Wieso habe ich keine Tourkugel? Ich brauche keine Tourkugel aktuell. Was? Das kann ich nicht bauen, weil eh ich kein Kupfer habe, da fehlt mehr der Quantenkopierter. Oh, aber den fortgeschrittene Minenlaser könnte ich schon lange bauen. Ich habe keine Kabelbäume mehr, haha. Ein hermetisches Siegel, ein Kohlenstoff-Nanorohr, Huh? Ah, Mama. So, mal die Wert zurück. Das und das und Kabelbäume. Wir müssen mal warten, bis es irgendwo die Belohnung gibt. Die passende. Mann, wird mal hell hier. Ich mache einfach noch drei von den Dingern hin. Zwei Metallplatten. Jetzt hat es geklappt. Es ist gerade hell geworden. Sobald es hell war, hat es, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht zum Schiff gerannt, Mann. Kriptische Seheratverrichtung, die für extraorbitale Füge unerlässlich ist. Moment. Also, Moment. Quantencomputer bauen, solange ich hier bin. Ich muss die Belohnung erst abholen. Ja. Ja. Okay. Konten. Kabelbau X mal 6a. Ah, okay. Das heißt, ich kann endlich den Laser fertig bauen. Dann brauche ich hier einen Quantencomputer und da in meinem Raumschiff einen Quantencomputer. Und für den Quantencomputer brauche ich Antimaterie. Und ich brauche einen freien Platz. Mach die mal nützlich großer hier. Ja. Könnte ich noch was ablegen? Ist das jetzt ein bisschen riskant, aber ist das jetzt ein bisschen riskant. Ist das jetzt ein Mikroprozessor? Multiverkzeug. Wie? Ist das alles da? So, jetzt nochmal hier magnetischer Resonator und Quantencomputer. So, jetzt noch schnell eine Sonata bauen und dann ab zum Schiff. Was ist denn im Schiff? Ich bin blind, wieso bin ich blind? Ich bin blind. 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 Ja, ja. Selbstdiagnose 2 abgeschlossen. Ahhh, ein Marktzugang. Rapparier des Ruckkapsel des Schiffes mit Magno-Gold, an das ich erstmal rankommen muss. Was hat hier nochmal gefehlt? So und sind durcheinander. Ich bin fix und alle, bitte mal Raumschiff. Wofür brauchte ich die Laberkerne dafür? Okay, dann kommt der Rest der Laberkerne. Ah, warte, das ist die, die ganz in der Nähe ist, gell? Wo genau? Oh. Und das Braufs findest du sie nämlich nicht. Hau bloß ab. Was soll denn sehen? Ist das eine Teilaufgabe? Hallo. Okay, ich glaube das war gar nicht ein Teil der großen Aufgaben. Mein Freund, bleib mal hier. Ich glaube, ich muss dich etwas streicheln. Okay, und dann muss ich irgendwo hin. Was? Ich verteidige mich. Du verteidigst mich nicht. Das ist keine gute Idee mit dir. Tschüss, Meister. Okay, dieser Bag ist sowas von irritierend. Da sind sie. Nein, oder habe ich da jetzt lange suchen müssen? Okay. Okay. Okay, dann geht's die Schreie. Ich habe die Schreie, die so gut schaut. Vielen Dank. Wir brauchen die Handelsstation. Dafür brauchen wir drei Mikroprozessoren. Dafür brauchen wir drei Nanorohre. Und dafür brauchen wir... Kohlenstoff ohne Ende. Wir brauchen die Handelsstation. 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 Und von hier brauche ich bitte Magno... Gold... Am Schiff... Ja, jetzt habe ich Tino-Belle. Aber jetzt war es Magno-Gold. Wo bekomme ich das Magno-Gold her? Da kann man sich Magno-Gold herstellen. Da bau es was. Katalog und Anleitung. Materialien und Gegenstände. Exotisch. Das ist Magno-Gold. Brauchstoffe, Gold, Platin, Silber. Kann auf Asteroiden abgebaut werden. Veränder es sich auch auf Planeten, aber nicht auf diesem. Ich sehe kein Magno-Gold. Ich sehe kein Magno-Gold. Wenn ihr das nicht wisst, fragt mir das in die Kommentare bitte. Wir brauchen jetzt eine Raffinerie der besseren Sorte. Dafür brauchen wir die Wasserstoffrelais. Anleihen bauen wir das Ding. Das ist die falsche, das ist die große. Gold würde er zu mir nicht machen. Ach, die Larbenkerne muss ich auch mal verarbeiten. Das mordiert das sicher nicht. Grundstoff? Ja. Okay. Niemand hat was geschrieben. Ich google jetzt. Es dauert mir zu lang. Moment, Sky. Magno-Gold. Blueprint. Blueprint. My bot ist in Blueprint. Okay. Phosphor, ionisiertes Kobalt und Phosphor. Aber man braucht ein Blu-Blind. Phosphor, Tritium und Kobalt im Großen. Ich brauche 5 Mikroprozessoren. Ah, gib mir mal. Den Rest, den brauchen wir nicht mehr. So, dann haben wir wieder das Mapplatz. Ah. Genau, jetzt. Den mal konfigurieren. Magnu Gold. Ich will jetzt mal schauen, ob ich es vielleicht auch noch Blu-Blind hinkriege. Ja. 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 Okay, das ist zu weit weg. Oh, aber es geht schon recht weit. So. So. Da vorn. Da vorn. Wo ran ich? Ich glaube, ich habe so langsam nicht mehr den Nerv zum Spielen. ständig verlaufen. Ständig verlaufe ich mich. Ja. Wo ist die Fenerie? Oh, das waren nicht chromatische Metalle. Also. Wo ist die Fenerie? Was war das? Kupfer. Im Wasser? Ja, im Wasser. Oh, Begleitung abgeschlossen. Es gibt... Was hab ich hier vor... Ach, ihr hört mich doch veralbern. Jetzt gibt's hier Gravitino-Bel, die ich grad gekauft hab. Aber Magno-Gold hab ich immer erst noch keins. Ja, tut mir ja leid. Hatte ja nicht sein müssen. Wer das, das Dieb schon ausgebeutet hat. Wo ist er eigentlich? 0.13 Uhr? Ist ja auch kein Wunder, wenn ich so langsam fertig bin. Zur Tageszeit gehe ich normalerweise auch ins Bett. Ich meine, jetzt bin ich eigentlich näher an meinem Flieger, denke ich mal. Mittlerweile den nächsten Schritt machen. Vielleicht gibt es das Magno-Geld denn ja auch irgendwie als Belohnung. Ich bin froh, wenn ich diese Expedition fertig habe. Das ist nicht so meine. Die letzte war gut, aber wir haben leider nur die Hälfte unter Zeitdruck gemacht. Das hier ist ja schon eine etwas ältere, die einfach bedroht wurde. Und ich muss zugeben, die Belohnung ist gar nicht so großartig für mich. Das ist einfach der Sammeltrieb, der mich da erwischt. Ja, jetzt wo ich den Boost brauchen könnte. Ja, nein. Das kann das Spiel natürlich nicht zulassen. Ich bin froh. 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 Aber die nehme ich jetzt. Es ist halt extrem blöd, dass mein Flieger so weit weg von der Station ist. Ja, ich weiß nicht, dass ich das hier brauche. Der Navigator plane Wegpunkte. Verdächtiges Päckchen, übrigens das Bewegungssystem Upgrade. Keiner googelt. Phosphatüro. Das wäre dann bei der Membran. Okay, das sollte so weit gehen. Das noch darüber. So, jetzt muss ich eine Erfahrung bringen. Was hat er damit gemeint? Belohnung, Stationsüberbrückung. Ich meine, jetzt habe ich immerhin zwei für das Gepäckchen. Was brauchst du? Warbzelle oder Warbhalberkern. Okay, zurück. Klare Wegpunkte. Was meinst du damit? Finde außerhalb der meisten kleinen Tarnstrukturen Wegpunktsignale. Wenn du einen Wegpunkt benutzt, wird dein Spiel gespeichert und du hast Navigationsstatement. Raumstation-Kartografen. Das ging doch nicht gut. Einen hat er mir jetzt ja gegönnt. Das war die Fabrik, die weggefahren hat. Ne, die Fabrik war ja gut. Zumal ich gesehen habe, dass ich für irgendwas ja auch... Aber da, der nächste Wegpunkt, der ist eine Stunde weg. Ich kann den nicht nehmen. Und ich kann meinen Flieger nicht benutzen. Ich meine, ich kann ja vielleicht ein Auto benutzen. Du bist ein Lügerspiel. Ich habe gar nicht angegriffen. Du bist ein Lügerspiel. Ich habe gar nicht angegriffen. Ich sage es euch, wenn ich meine Station nicht... Oh, jetzt reicht aber der Jetpack war. Ich habe gar nicht angegriffen. Hier ist so viel Schrott, dass das Markieren alleine nicht ausreicht. Okay, da muss man ja mal näher dran. Ich habe ein Feuer. Warum? Nett. Bauplanforschung. Romer. Nomad. Da habe ich heute nicht mal einen Grund, ein paar Raffinerie zu farben. Okay, wir wollten die große Raffinerie bauen und brauchten dazu rheumatisches Metall. Und haben dafür Kupfer gesammelt. Katzenleber braucht niemand. Sturmkristalle kann ich verkaufen. Kaffizino-Belle auch. Noch was? Konvergenzwürfel brauchen wir auch nicht. Gerlattartige Ranken kann man recht geschickt gar nicht verkaufen, also wird das vielleicht nicht gebraucht. Beutelgift weiß ich auch nicht. Okay. Dann gebe ich sie mir. Ja, das sind... Vielleicht gibt es deswegen noch nicht genügend chromatisches Metall, okay? Oh ja. Ich brauche noch 103. Mal. Dann könnte ich alles Kupfer mal verarbeiten. Da muss ich mal nachher wieder welches holen. Mal schauen, ob ich brauche, wie gesagt, Paraffin. Und das haben wir ja gesehen. Das gibt es hier. Das Kupfer. Und ich sehe das für Rät. Phosphor, nicht Paraffin. Oh. Oh, verflixt. Okay, ja, Paraffin. Oh, gut. Kauf. Mhm. Platin. Ich brauche keinen Platin. Ich brauche gar Asti. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt, wo wir gerade sonst nichts anderes haben, machen wir den mal. Uran! Ich habe da so gar nichts verbracht. Uran kriegt auf diesen Planeten nirgends her. So, jetzt, wo wir verkaufen können, kann ich die Dinger auch einsammeln. So, jetzt, wo wir noch. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt ist es nur einer. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So. So, jetzt. So. 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 Oh, das ist Kupfer. Das war jetzt nicht viel. Okay. Oh, das ist Kupfer. Das ist Kupfer. So, reicht mir das. Das ist Kupfer. Das ist der einzige, der ohne Paraffin umgeht. Das ist tatsächlich vielleicht eine Idee. Aber im Normalfall kann man nur abbauen, was die Schande ist. Das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Potenzial A ist nicht schlecht. Und was für einer? Kupfer. Okay. Maximale Dichte ist 80. Das ist Kupfer. 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 Kupfer. Das ist Kupfer. Kupfer. Das ist 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 Kupfer. Kupfer. Unter dem Knob mannt. Schau mal. Hier gibt's aber mittlerweile etwas. Was wir brauchen, Parumphien. Ach ja, ich darf nicht vergessen. Ich habe nicht genug. Oder habe ich den Fehler gemacht? Ich habe den Fehler gemacht. Und bin weggerannt, bis ich zurück war oder vergessen, dass ich da was gemacht habe. Ich habe nicht genug. Wait, hold es aufante,ревthat ich. Dann geht es um two-tex. Was ist gut? Wie viele hatte ich denn noch? Das sind zwei, vorhin noch ein paar. Das sind zwei, vorhin noch ein paar. Da ist aber noch ein Kabelbaum mit drin. Es darf ja auch mal was gut laufen. Das ist ein Kabelbaum mit drin. Aber auch ein Kabelbaum. So, wir haben 14, das reicht. Erstmal wieder das Zuhause suchen. So. 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 Hier verbunden, dann brauchen wir Strom. Hier ist auch ein Teil. Sollte ... 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 So, das braucht mehr als drei Stunden. Erstmal hier, verkaufen, Sturmkustelle, kaufen, auch ein neutisches Metall. Ach, das war, ich schlau ihn. Ich habe das chromatische Metall verkauft. Also jetzt läuft sie nicht so perfekt. Das ist ein Katalog. Paraffin. Paraffin ist offensichtlich ein exotischer... Nee. Komm mal, das ist paraffin und da... Ich bekomme kein Paraffin. Das heißt, ich kann auch keine Station bauen. Okay, ja, aktiviertes Kupfer, du besagst dir Kupfer und dann schmeißt du es in der Raffinerie. Ich habe gerade keins. Doch, hier. Minima. Und siehst du, dann kommt... Nee, warte mal, aktiviertes... Shit, aktiviertes... Sorry, mein Fehler. Nee, aktiviertes bekommst du nur im All. Beziehungsweise nicht im All, sondern auf dem richtigen Planeten. Was war die Bedingung für den Planeten? Eigentlich dachte ich es gar nicht. Sturmischer Planet, aber da sind wir ja. Und hier gibt es kein aktiviertes Kupfer. Ich weiß nicht, wie ich das kopf war. Ja, aktiviertes Kupfer, gelbe Sterne. Sie müssen nur ein bisschen auf einem gelben Stern sein. Das war's. Oh, ich bin... Ich bin so wieder. Und mir gehen die Ideen aus. Und das Versorgungsdepot braucht eine halbe Ewigkeit. Fliege in den Weltraum. Ja, aber ich kann nicht in den Weltraum fliegen, weil mein Raumschiff noch nicht fertig ist. Weil das Raumschiff Magnoberg braucht... ...und nicht mal viel, zwei Stück... Äh, wo ist der Minotaur? 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 Er ist mehr? Ja. So, du hattest den Signalbooster, den brauche ich jetzt wieder. Den Navigationsdaten nicht. Oh! So. 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 Die Druckkapsel. Reise mit dem EXO-Fahrzeug, hahaha. Das ist 500 Meter, aber das müsste hinhauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir nur 500 Meter mit dem rumlatschen. Alles lustig ist, dass ich damit einfach noch langsamer bin. Das da ist keine 500 Meter hoch. Okay, das geht, wenn ich uns relativ zügig spiele. Planet mit viel Paraffinum entdeckt, fliege im Weltraum. Ja, das geht ja gerade eben nicht. Okay. 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 Ich muss diese Suche abbrechen. Okay. 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 Das sollte ja jetzt erledigt sein. Nein, ich muss mich 6.500 Meter damit bewegen. Schmuggel von Schwarzmarkt. Ach, das ist wahrscheinlich das da. Warte mal. Das geht vielleicht. Außerirdische Seite. Fuck, da war ich schon. Okay. Ja, 6.500 Meter, ich habe es begriffen. Okay. Das stimmt, oder? Das stimmt, oder? Das stimmt, oder? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss das einfach ziemlich oft machen. Okay. Okay. Aber die zwei Stunden werden auch nicht weniger. Was ist das? Klar. Mal was anderes. Ich zahle das gleich ein. Wer weiß, ob das noch irgendwann gebraucht wird. Okay. 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 Vielen Dank. Neun Stunden? 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 Moment mal, er hat ja gesagt, die sollen noch Wegpunktsignale finden. Da müssten sich doch Sachen ergeben. Okay. Okay. Das kann ja nicht sein, dass die Sachen alle so weit auseinander sind. Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Aus-Dings da, praktisch auch gar nicht hergekommen. Doch, jetzt in eine Stunde. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Aus-Dings da, Da hatte ich mir jetzt mehr von versprochen. Ah, schau mal was hier ist. Hier ist ein Handelsposten, dieser zeigt mir dann einen an, der weiß, wo weit weg ist. Ja, den meint er, diesen hier meint er nicht. Ihr verkauft nicht zufällig Maniogold, Kobalt, Gold, das selbe Programm. Die viel wichtiger Frage ist, hast du Navigationsdaten hier? Ja. Ja. Ja, das ist ja was ich sammeln soll. Ja, da hat aber die andere Station doch auch keine. Und die Regionen müssten dafür welche haben. Ja. 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 Äh, das wollte ich vorhin ausprobieren. Dann sind ein paar andere Sachen schiefgelaufen. Und jetzt bin ich so weit weg. Aber Silber bekomme ich auch keins. Was für Kobold und Silber? Was für Kobold? Irgendein Silber dann mit Gold oder Tritium. Gold habe ich. Wo habe ich eigentlich Gold? Ah, egal. Ich kann es kaufen. Also jetzt gehen wir zu einem blöden, dämlichen Handelsposten. Okay. 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 So, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es das, was wir wirklich suchen. Ja, genau, zwei von vier Wegpunkten. Und den habe ich jetzt so zufällig gefunden. Was willst du? Gold kann ich hier kaufen. Lemmium. Okay, wir wollen weiter in Richtung. Okay. 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 Seid mir gegrüßt, meine Freunde, ich tue euch nichts. Noch. Okay. Okay. Wieso hat er mir eigentlich, wenn hier so viele Handelsposten rum sind, wieso hat er mir den einen rausgesucht, der so weit weg ist? Der Ränder und den Eingraben, äh, das fehlt mir der Kontext. Okay. 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 Ich bin jetzt halt so langsam auch nicht mehr, ich war schon nicht so richtig, als ich losgeleckt habe. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Ich verkrabel Vorräte, meintest du das? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt so vorbei, ich weiß nicht mal mehr, wo ich geparkt habe. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich glaube, vergrabene Vorräte, Selbstsignose. Da wurde vergrabene Gegenstände. So ist alles von 5. Dann noch uralte Knochen ausgraben. Das heißt... Da war doch jetzt gut einer. Das heißt... Das brauche ich nicht. Ich danke. Das kann man vorauswerfen. Und wo ist jetzt... Ich danke. Zersplitterte Verbrennungseinheit. 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 Was hast du jetzt gemacht? Was hast du gemacht? Okay. Ne, das ist nicht, was ich... So. Hier aber irgendwo... Das gute Stück, von dem ich noch zwei brauche. Warte. Soll ich denn? Das passt noch an. Okay. 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 einfach einen Streich machen. Wir machen das aber auch verwirrend. Nein, das ist ein anderer, vor allem nur ein Frachtabwurf. Die haben denselben Zeichen. Die haben denselben Zeichen. Die haben den Zeichen. Die haben den Zeichen. Die haben den Zeichen. Die sind ja vergrabene. Fünf verloren Objekte ausgegraben. Optische Bohrpläne. Leute, da habe ich mir aber mehr erwartet. Zumal ich noch keine Solarspiegel habe. Die können ja allenfalls verkaufen. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Nichts. Das ist ein anderer. 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 Ja. Das ist ein anderer. Was heißt denn bevorstehender Sturm? Stürmt er schon? Das macht mehr Sinn. Ich suche immer noch den letzten Punkt. Aber das ist ja eine Station, da findet man ja nichts. Ah, da ist die Station. Ja. Ja. Also X4 hat einen Vorteil. Da kann man einfach bei anderen Schiffen mitfliegen. Ja. Okay, so wird das nichts. Okay. Okay. Ach, die Haare noch dann. Oh, ja. Ich hab mich hier noch. Klar. Ich hab mich noch eins. So ist gut. Ich weiß nicht, ob wir die beiden Sachen noch brauchen. Beuteldift hab ich aber schon gesehen worden ist. Schiff kaufen kann man eh nicht. Ich hab allerdings gedacht, man hätte hier einen. Ah, ich weiß was, 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 was gibt's. Was hier irgendwo finden, normalerweise, sind die nicht zu übersehen. Die Archive. Das sind Archive jetzt genau, was ich bräuchte. Sollte nicht genau in dieselbe Richtung gehen. Was ist da echt gekommen, ne? Machen wir das anders. Da ist eine Fabrik. Fabrik ist hervorragend. Nicht perfekt, aber... Er kann's doch machen, wenn er will. Neue Strukturen finden. Ach, das ist gar keine Fabrik, aber egal. Effektiv erfüllt das den Zweck. So. Zurück. Lohnung abholen. Fabriküberschreibungseinheit. Könnte ich ja gut brauchen, wenn ich nicht mehr Fabrik wäre. Drei Stunden. Zehn Stunden. Sieben. Da wäre nein. Hübschmerkabsel. Sechs Stunden. Was ich versuche zu finden. Ist das... Das ist das Ressourcentepot. Ich meine, gut, da könnte Magno Gold drin sein. Aber... Ich glaube, das ist uns besicherst du bitte. Weil, also Dorf und Dörfer haben Teleporter. Und unterwegs hätten wir vielleicht eine Fabrik, dann kann man ganz sicher sein, dass wir ja das schicken. Und dann habe ich die richtige ausgewählt. Zu Fuß. Vier Stunden. Vier Stunden. Einen Tag. Vier Stunden. Vier Stunden. Und dann. Okay. Warte mal, Handelsdaten, Alien-Daten, ne, nichts davon, was ich brauchen könnte. Äh, drei Stunden, da kommt schon der. So, wenn du meinst, wer weiß wie weit, nach oben. Und so, eines dieser Dinger. Okay, das geht so nicht. Okay. 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 Okay, dann, man. Okay. Okay. Okay, warte. Okay. 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 Okay, das hat nicht gereicht. Schade, schade. Ja, tausend Meter ist schon ganz schön. Okay. 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 Das wird nicht weniger gefühlt. Was ist jetzt? Das ist jetzt. 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 Das war gerade noch drei Sterne. Das ist jetzt. 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 Eigentlich habe ich ja diesen Weg gewählt als Stadt direkt zurück zu gehen. Weil... Ich dachte dann entdeckt man vielleicht unterwegs noch etwas was man brauchen kann. Aber bislang sieht das überhaupt nicht so aus. Jetzt einfach mal zurück. Ah, ah. Ja, wir gehen. Vielen Dank. Und den Berg, den besteigen soll, der an die 1000 Meter hoch ist. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Das kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Ich kann ja nur auf einem anderen Planeten sein. Vielen Dank. 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 Und da eine Stunde. Vorsprung ist es etwa eine Minute. So, 50 Meter. Hey. Karte. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich finde meine Fabrik. Ich habe hier. 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 20. Ich habe hier. 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 legierungen das ist es was wir die ganze zeit gebraucht haben da magno gold jetzt können wir magno gold vorstellen jetzt müssen wir erst mal romantisches metallhefte doch dann kristalle Tanzt nicht so rum. Ja, ich brauche die. Jedes Exo-Fahrzeug in seinem Besitz, gut, das bringt mir wenig, ich habe nur eines, das. Also jetzt bringt es mir noch wenig, vielleicht später mehr. Die Stundgustteile kann ich also auch verkaufen, Dreaturkugel brauche ich definitiv nicht, die nehmen nur Platz weg. Die Material brauche ich noch lange nicht hin, fort, mit diesem Zeugs. Ich glaube, jetzt habe ich dann das. Ich glaube, jetzt geht's. Ja, Bruche. Grundschulweise erst mal Gold. Ok, Kobalt und Phosphor. Kobalt. Oh. So viel brauche ich nicht mehr, jetzt wo ich mehr Platz habe, kann ich noch am besten auf dem Weg zum Schiff, die uralten Knochen ausgraben. Aber das mit dem Berg, das geht glaube ich wirklich nur woanders. Was hat er jetzt gemeint? Was hat er vorher abgeschossen, hatte ich doch schön. Ja, gut. So. Uralte Grabstätte. Wieso finde ich jetzt keine, die ganze Zeit waren die Dinger überall. Es gibt die in gelb. Werden die jetzt nicht angezeigt? Und die gepanzerte Muschel, das zeigt er ja an. Sag mir lieber wo mein Flieger ist, da ist mein Flieger. Da. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Flieger. Okay. 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 Ja, rein da mit dem Magni-Gold. Okay. Okay. Ich fliege da mal noch etwas weiter. So, dann hätten wir hier mal. Starttreibstoff habe ich ja noch. Dann mal schauen. Von dem Knochen. Okay. 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 Also, klingt das? Wird das? Gilt das? Gilt das? Dann laufen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Wärmschutz aufladen. Was ist aber, wenn ich jetzt hier hoch und runter laufe? Okay, ich muss eine Stelle finden, wo ich 1000 Kilometer laufen kann. Das lässt er nicht zu. Das reicht nicht. Ah, die Straße gehört abends, da muss ich loswerden. Das hatte ich mir schon, oder? Jetzt geht es nur noch um den Berg und um die alten Knochen. Tja, ich habe noch keinen Berg gesehen, der hier 1000 Meter hoch wird. Das muss auf einen anderen Planeten gehen. Und ich war jetzt wirklich schon weit unterwegs hier. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Okay. Ist mir egal. Ich will nur noch die letzten zwei Grabstätten finden. Okay. 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 So, Archäologie abgeschlossen. Drei Planetengarten. Wer will die denn? Und wer bist du? Ein Händler wahrscheinlich. Ah, das ist nur er. Schildmodul Zyklotronen. Okay. Okay, dann ist das aber danke. Wo ist mein Schiff? Ah. Okay. 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 Ah, hier kommen wir auf maximal 400 Meter. Aber jetzt hält mich nichts mehr auf diesem Planeten. So. Mal schnell hier reinschauen. Wir brauchen nur noch den Hügel. Verlasse den Planeten. Kann man jetzt machen. Tiefflugmanöver durch. Okay. Okay. Mal schnell auf der Seite. Doch. Ach, aber jetzt ist es nicht. Jetzt verlassen. Da hat sie das aktivierte Kupfer, das da jemand gesucht hat. Da hat sie auch ein kontaminierter Planet, ja das wäre dann mein Ziel. Ich glaube erstzeitig an der Raumstation andocken. Ja. 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 Die Höhe! Schaut euch mal die Höhe an. Vielen Dank. So. 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 Jetzt pass auf, wir haben Erweiterungen gesammelt. Das sind die, die ich benutze. So. 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 Jetzt muss ich den da rüber... Ah, warte, ich habe da ja auch noch die Platine, ähm, Jeff. Ne, das sind Überschreibungseinheiten, die sehen aus wie Platinen. Kann ich dir die Erweiterung verkaufen? Ne, muss ich den ins Fliegerchen übertragen. Oh, da ist noch ein Knochen. Da sind sogar noch zwei. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein Archiv. Wie mache ich das hier? Der akrobatische Tieflook erfordert niedrige Höhe und hohe Geschwindigkeit. Das ist ein Archiv. Okay, dann hätten wir das mal. Wo ist der da? Ja, das kannst du vergessen auf den Planeten. Es gibt auch keine Berge, die hoch genug wären. Die Planeten, die Pilzschübel haben, sind meistens auch nicht so hoch. Es gibt ja praktisch nur diese sehr speziellen Planeten, die das erfüllen. Und bei dem kommt noch dazu, dass er ziemlich im Dorsa bedeckt ist. Da kann es gar nicht so viel Gebirge geben. Das ist auch ein Tritiumform. Das ist auch ein Tritiumform. Das ist auch ein Tritiumform. Komm, zeig's mir an! Die sind nicht hoch. Keine 950 Das war das höchste, das ist die Hälfte von dem, was wir brauchen. Die sind nicht hoch. Nein, du sollst nicht dahin. Nein, du sollst 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 dahin. Aber es hilft mir leider nicht. Da wo die Raumstation ist war morsch. Erreiche das erste Treffen. Machen wir das mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Abend. Hallo. Ja. Da hat er wehgetan. 42. Ja. Da hat er wehgetan. Da schien. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe immer noch keinen Berg zu steigen gefunden. Fünf Millionen und hundert sind fünf, hundert zwölf. Nein, nein. Das ist doch was. Das ist doch nicht nichts. Vielen Dank. Ich glaube, ich gehe da doch noch mal auf den anderen Planeten zurück. Die Aufgabe war dort. Und von allen, die wir jetzt gesehen haben... Oh, der Hügeligste... Nein, nicht du. Du. Oh, ich kann das bald nicht mehr. 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 Einfach nur gut geraten. Zum Hypercluster, sehr gut. Das heißt, da fahren wir auch nichts mehr. Wir haben mindestens eine Andimaterie. Sollten also kein Problem haben, unser Schiff aufzuladen. Wir brauchen ja nur einen Sprung. Äh... Also, Hügel... Raketenstiefel... Äh, die will ich sowieso nicht. Das heißt, Phase 4 abschließen. Und da du mir jetzt den Gefallen tust und mir einen Sturm gibst... Oh, da, da, da wäre jetzt die Fabrik. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Aber der Sturm muss schon noch kommen. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Immer diese Lügen. Ich habe keine Wolken. Ich will Tiere angefallen. Äh... Papa. Äh... 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 Ach, mit Ding! Eigentlich wäre das besser, wenn ich das im Flugzeug mache. Jetzt können wir mal den flogluften Boden zurecht. Ich kann nur eine Warpzelle machen. Das ist jetzt echt unnötig. Ich dachte, ich hätte eine Bauplante. Vielleicht nicht mehr so viel verdichtigen Kohlenstoff. Davon dachte ich doch so viel. Egal. Schauen wir mal. Halbbauantrieb hat keinen Treibstoff. Was sagst du so? Okay, du brauchst mehr. Das sollte doch reichen. Ich brauche eine volle 100% Ladung. Also gehen wir nochmal runter. So, wie sieht es mit den Startdüsen aus? Die sind konstant auf 88, okay. 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 Okay? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aha, das gab auch noch. Das hat... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da hört es schon... So, jetzt wäre es aber verwunderlich, wenn wir hier nicht wegkommen. Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Also, das ist ein schönes Stift, das muss man wirklich mal sagen. Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Vielen Dank. 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 Bye. 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 Ich verstehe. Bye. 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 Wo heißen die Traftbomben? So remember to click all in reward by clicking on each of the little icons And of course make sure you can now be able to get it across all Remember, head to that Chrome ball Which just happens to be an archive And when you get closed, go on every two, mouse on, pops And of course remember to click all in reward by clicking on each of the little icons Ich kann es nicht abschließen. Weil hier im Archiv stehen sollte, das nicht dasteht. Ich glaub's ja nicht. Jetzt krieg ich den Game Breaking Back ganz zum Schluss. Ich kann es nicht abschließen. 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 Jetzt hab ich es auf einmal erreicht. Okay. In Bock oder nicht? Hauptsache wir haben es geschafft. Okay. Okay. Es ist vorbei. Es ist abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab' keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Ich bin hier gelandet. Es hieß 1000 Meter andere Richtung, 1000 Meter andere Richtung. Da war auch wieder eine ganze Sammlung von den Infos. Aber dann hieß es, das Treffen soll mitten im Wasser unterirdischen. Hä? Okay. Ich bin unterirdisch gegangen. Da war nichts dagegen. Konnte man auch nicht hin. Und dann hab' ich gegoogelt. Und dann hieß es ja, da sollte ein Archiv stehen. Okay. Ja. Das Archiv ist dann der Abschluss. Kein Abschluss. Okay. Dann dachte ich, dann hilft mir jetzt nichts anderes, als zurück zu meinem Flieger zu gehen. Rein, raus, speichern, Spiel neu laden. Und hier hat er jetzt plötzlich gesagt, ja, ich hab' alles gefunden. Es ist soweit. Es ist vorbei. Es ist geschafft. Und ja. Das spart mir einmal neu laden. Und du bist wirklich zum besten Zeitpunkt gekommen. Ähm. Wie froh haben wir denn überhaupt? Oh, 3.44 Uhr. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich bin froh, wenn ich jetzt ins Bett kann. Aber danke, dass du noch am Schluss reingeschaut hast. Bis bald. Ah, tschüss. Ich, 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 die nächste Expedition gehe ich dann hoffentlich wieder etwas ruhiger an. Bis bald.